ich heiße sie ganz herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate die anlegerstimmung hat sich jetzt in dieser woche wieder verschlechtert das betrifft nicht nur die aktienmärkte sondern auch rohstoffe und kryptos das schauen wir uns gleich mal genauer an den risiko in weiß gibt es natürlich wie immer vorab gerne mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden das sollte sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir gehen direkt rüber zum s&p 500 und wir sind hier im wochenchart das börsenbarometer aus den usa steckt in einer seitwärtsphase fest und zwar nach einer fünfwöchigen rallye wir sehen einen fehlausbruch potenziell bei 4.100 und 171 punkten also das war in der vorwoche schon nicht sonderlich erfolgreich und dann haben wir hier noch einen bereich wo es viele berührungspunkte gab also ein hoch bei 4.100 und 141 punkten dann der test der bruch und jetzt vielleicht auch die verteidigung das wird sich jetzt dann in der letzten sitzung der woche abzeichnen also seitwärtsphase nach einer fünfwöchigen rallye und das ganze unterhalb eines wichtigen widerstands nämlich dem jahreshoch der dax hält sich auch auf recht hohem niveau und scheint eben nicht über das hoch der vorwoche ausbrechen zu können also es gab also kurzfristige gewinnmitnahmen und die frage sind kleine rücksetzer noch kaufgelegenheiten ich würde sagen ja es gibt einen wichtigen unterstützungsbereich bei 15.500 und 16 punkten ein hoch ein fehlausbruch und dann der bruch bzw die verteidigung und solange dieser bereich eben hält oder auch gar nicht getestet wird besteht eben die möglichkeit dass der markt ein neues jahreshoch erreicht und auch das rekord hoch testet oder zumindest den abstand verringert sollte dieser bereich hier nicht halten dann werden kursziele auf der unterseite aktiviert wir haben hier einen wichtigen bereich das ist das ausbruchsniveau beziehungsweise die top bildung und dann auch die verteidigung 15.698 und dann haben wir hier ein wichtiges zwischenhoch bei 15.463 punkten das währungspaar euro dollar hält sich über einer wichtigen unterstützung steht aber eben auch unter druck und zwar ist das die 109 29 hochpunkt annäherung fehlausbruch dann der bruch und vielleicht jetzt die verteidigung also entweder sehen wir einen neuen versuch die 110 33 zu knacken das war ja in der vorwoche nicht erfolgreich oder wir könnten vielleicht jetzt wieder eine bewegung richtung 108 31 sehen das ist das tief der vorwoche gold kämpft um eine rückkehr über die 2000 dollar marke in dieser woche gab es eben verkaufsdruck möglicherweise zeichnet sich ein dritter fehlausbruch ab bei 2010 dollar wichtiger hochpunkt fehlausbruch fehlausbruch und mal schauen ob ja es erneut nicht reicht nach oben auszubrechen wir haben ein wichtiges zwischen hoch gehabt bei 1900 und 87 dollar ungefähr verteidigung in dieser woche und ein kampf in dieser woche also eine vorwoche verteidigung in dieser woche eben dieser kampf das heißt entweder kann sich der markt oberhalb diese unterstützung etablieren und dann noch mal einen angriff wagen oder der goldpreis könnte dann hier in diese tiefs rein laufen die ölsorte wti ist kurz davor das aufwärts gap von vor zwei wochen zu schließen bei 75 71 von daraus könnte man also erwarten dass da wieder käufer reinkommen um den markt weiter nach oben zu drücken wir haben einen tiefpunkt wir haben einen hochpunkt wichtige widerstandsmarken wurden durchbrochen und deswegen ist der markt eigentlich übergeordnet eher aufwärts gerichtet sollte es aber nicht bei dem gap close bleiben dann könnte das zwischenhoch bei 71 66 anvisiert werden und abschließend noch der bitcoin der bitcoin ist kurz davor den gewinn der vorwoche abzugeben also da ja fehlt eigentlich nicht viel beziehungsweise notieren wir jetzt wieder bei 28.000 und auch hier viele berührungspunkte bei sechs bei 27.677 also hoch fehlausbruch bruch verteidigung und hier könnte es sich jetzt eben entscheiden ob man nochmals einen weiteren rutsch sie ist in richtung 25.000 wichtiges ausbruchsniveau gewesen oder ob der markt sich eben wieder nach oben kämpft um dann die 30.000 dollar marke zu durchbrechen konkrete trading ideen dazu gibt es in meinem video von heute morgen den link gibt es unten in der beschreibung wünsche allen viel erfolg lasst auch gerne einen daumen da und wünsche auch schon mal ein schönes wochenende bis zum nächsten mal